Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albinat Wurzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und jetzt habe ich diese zwei Vergleichsbilder, was ich Ihnen zeigen wollte. Einmal mit Metallic Farben und ohne Silikonöl. Wie öffnen sich die Zählen mit der Technik Flip Cup? Und einmal mit Silikonöl, mit gleicher Technik, mit gleichen Farben. Einmal haben wir da sozusagen dieses Grün, das ist Lukas Grill. Das sieht man hier. Und hier hatten wir Metallic Gelb Grün. Und wie ihr seht, das Silikonöl macht die Poren ein bisschen größer, wenn wir Metallic Farben benutzen. Das sind so kleine Perlen, die im ganzen Bild erscheinen. Ja? Sonst war die gleiche Technik, die gleiche Farbung, die gleiche Mischung. Und so unterschiedlich können die Bilder aussehen. Wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook Dara Kunstschule. Markieren Sie mich, empfehlen Sie mich weiter. Und ich, wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne. Ja? Und ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Und als nächstes kommt jetzt noch ein Bild, weil wir haben gesagt, okay, das gefällt mir, aber sowas ähnliches mit den Farben, aber weniger weiß. Und wir machen jetzt ein Video, wo wir Open Cup und Flip Cup Technik auf ein Leinwand gießen. Und dann schauen wir mal, was es rauskommt. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Eure Dara.